Der Elektrodenträger spielt eine wichtige Rolle für die individuell optimale Cochlea-Implantat-Versorgung. Alle Cochlea-Implantate haben einen Elektrodenträger. Das heißt jedoch längst nicht, dass alle Elektrodenträger gleich sind. Jede Cochlea ist einzigartig in Größe und Form. Einzigartig ist auch die Länge jeder Cochlea. Aus diesem Grund bietet Medell Elektroden in ganz unterschiedlichen Längen. Mittels Bildgebung und Ottoplan können Sie präoperativ für jede Cochlea die passende Elektrode auswählen und visualisieren. Medell Cochlea-Implantate sind in einzigartiger Weise auf Individualisierung und die Stimulation der gesamten Cochlea ausgelegt. Dank der flexiblen Elektroden erleben Menschen mit unseren Implantaten ein möglichst natürliches Hören. In der Alltagskommunikation ebenso wie beim Musikhören.